Ja, moin, herzlich willkommen zum Kuddel-Muddel-Talk. Heute habe ich einen Gast da. Wir kennen uns, ich würde mal sagen, seit Beginn der Pandemie, haben wir uns online kennengelernt. Das klingt schon geil, ne? Haben wir uns kennengelernt auf Instagram am Plattenfreitag. Es ist Ali Alam. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Moin, alaikum. Moin, alaikum. Ich hatte ja bei meinem letzten Podcast Murat Jegener da, den Regisseur im Wohnsorgtheater, in der Türkei geboren und in Deutschland aufgewachsen. Jetzt könnten viele am anderen Ende denken, wieso lädt der denn heute schon wieder einen Türken ein? Leider bin ich kein Türke. Da fängt es schon an, ne? Ja, aber diese Nationalitäten können wir alle vergessen. Wir sind alle Menschen. Wenn ich hier einen Punkt mache oder irgendwas hier so reinsteche, kommt doch eine Farbe raus. Die ist rot. Bei jedem ist die gleich. Ja, und wenn wir das Licht ausmachen, ist es auch bei jedem gleich. Ja, siehst du? Wir beide haben etwas gemeinsam. Du bist Afrikaner, genauso wie ich. Ja, genau, ey. Ich bin aber ein, wie sind dir die Sunnyboys aus Afrika? Oh, jetzt passt da ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Das Eis ist sogar in Afrika ganz dünn. Ne, ne, ne. Die Marokkaner sind die Sunnyboys aus Afrika. Wie kommst du denn auf Sunnyboys? Du weißt ja warum. Ne, warum? Das wüsste ich jetzt gerne. Wir surfen gerne. Wir sind cool. Da in Marokko gibt es viele, die sehr, sehr viele Sprachen können, ne? Das hast du bestimmt gemerkt. Aber die gibt es auch bei uns in Oromia, also bei uns in Äthiopien, gibt es über 80 Sprachen. Sunnyboys gibt es ja auch in Kenia. Ja, natürlich. Du hast ja auch Küste und Wellen und weißt ja, Kiten und so weiter. Oder an der Westküste auf den Kap Verden kann man auch wunderbar surfen und kiten. Ja, Digga, ich wohne in Trabmünde. Trabmünde ist mein Land, okay? Das ist der einzige Grund, warum du sagen kannst, dass du ein Sunnyboy bist. Weil du ein alter Fischkopf bist. Ja, geht so, ja. Ich laufe echt gerne so gerne mit diesen Klamotten rum. Das ist so ein bisschen Heimatkultur. Aber ich finde es immer doof, diese Heimat, dass es so negativ dargestellt wird. Und es ist gar nicht negativ, es ist was Schönes. Wieso, wer stellt das denn negativ dar? Du weißt, wer die benutzt. Heimatliebe, wir wollen die nicht erwähnen. Aber du weißt, welche Leute das immer missbrauchen. Ja, aber deswegen muss da Heimat ja nichts Schlimmes sein. Und wenn man das Wort benutzt, also du nutzt es ja in einem sehr positiven Kontext. Ich nutze es auch, weil ich ja nicht nur eine, sondern ich habe sogar noch ein paar mehr. Und du vielleicht ja auch. Von daher ist das Wort Heimat ja im Grunde was ganz Positives. Ja, auf jeden Fall. Sage ich auch. Und man kann ja, ja, Stolz darf man nicht sagen. Warum nicht? Warum nicht? Ja, das ist auch so ein Wort, das ein bisschen... Es ist lange falsch besetzt, aber wir können es ja einfach positiv besetzen. Genau, verstehe ich vollkommen. Aber ich mag diese ganzen Wörter nicht. Dieses Stolz, Heimatliebe und die ganzen Wörter nicht. Finde ich. Ich mag einfach nur Liebe. Das ist... Die Liebe zu einer Sache. Das ist doch gut. Also du kannst ja mögen, was du willst. Also auch Begrifflichkeiten. Da wollen wir uns gar nicht so lange dran aufhalten. Was mich interessiert ist, und das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt. Wo bist du eigentlich geboren? Bist du in Travemünde geboren oder bist du in Marokko geboren? Also ich bin in Travemünde geboren. Hier war ich dann halt zwei, drei Jahre. Und mit drei Jahren bin ich nach Marokko umgegangen. Also meine Eltern waren immer hier. Ja. Nur die haben mich nach Marokko geschickt. Und wo hast du dann geboren? Wo hast du gelebt? In Sla. Na, neben Rabat. Jetzt stell dir vor, so groß wie Travemünde. Weißt du, wie groß Travemünde ist? Ja klar. Riesengroß. Ja. Verglichen zu dem Dorf, wo ich herkomme. Genau. Ihr habt immerhin ein fettes Hochhaus da. Ach so, Maritim, ja. Das ist so ein Hymne. Ey, was krasses mit Maritim ist, das ist unter Denkmalschutz. Jetzt dürfen die es nie wieder wegbauen. Das Maritim ist ziemlich geil, würde ich jetzt mal sagen. Die Frage ist ja immer, ob man von draußen guckt oder ob man von drinnen rausguckt. Okay. Wenn man in der obersten Etage ist und einmal schön über die Ostsee gucken kann und man sieht die Sonne von da aus. Das ist krass. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Das stimmt. Das ist mein ganzes Leben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber du warst noch nie drin, kann das sein? Doch, mein Vater hat da sogar gearbeitet. Ehrlich? Ja. Was hat er denn gemacht? Scheiß. Der war Kellner. Ne. Im Maritim? Ja. Sogar, er hat glaube ich sogar 73 sogar, oder ne, er hat sogar Hermut Kohl sogar bedient und sowas. Ne. Er war fast Inventur zu Maritim. Ungefähr, glaube ich. Jetzt bin ich ein bisschen beeindruckt. Wieso? Aber jetzt ruft jemand hier an, den mache ich gleich aus. Ja. Das würde ich auch sagen. Du hast mein Handy auch nicht angelassen, wegen dir, weil normalerweise mache ich nie das Handy an. Du lebst doch schon lange in Deutschland, oder? Ja, schon mit zehn Jahren. Also mit zehn. Und ich bin jetzt gerade, wo du es sagst, gerade 43 geworden. Nein. Ja. Aber dann musst du doch wissen, dass wir ihn nicht sagen, wegen dir, sondern das heißt deinet wegen. Deinet. Ah, jetzt kommt er mit Grammatikal. Okay, jetzt hol mal gleich den Plusquam perfekt raus, bitte. Nein, 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 nein. Sie möchten, dann könnten sie mit dem Foto 2 bilden. Nein, 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 nein. Ich will dich nur ärgern. Das kriegst du wieder. Ich weiß. Deswegen, ich wollte dich nur ein bisschen piesacken. Ich fragst gerne, wie du mich triggerst, wenn ich richtig witzel. Richtig witzel, Mann. Aber du darfst das, weil ich, ich hab dich lieb. Du darfst alles. Ach, nicht schön. Die gute Sache. Du darfst auch alles. Wir haben uns ja kennengelernt über Instagram. Am Plattenfreitag warst du auf einmal dabei. Da hab ich dich dann mit deinem Fischerhelm, mit deinem Vollbart gesehen, mit deiner Mütze und dachte, Alter, was ist das für ein schräger Vogel. Ich hab dich so krass genervt, Digga. Ich ziehe jetzt mit dem Podcast. Ja. One Podcast. Schreibst du? One Podcast. One Podcast. Und jetzt bin ich hier. Aber das ist so meine Art. Ja, man muss hartnäckig sein, ne? Ja, aber du weißt ja meinen Namen. Ich heiße ja wirklich Ali Alam, ohne er, aber man nennt mich Ali Alam, weil mein Name ist ja Programm, weil ich nerv die Leute auf eine Art und Weise so lange, bis die das halt machen. So auch bei der Politik genauso. Freundlich penetrant. Ja, aber ich möchte gerne einfach wie du eine Inspiration sein und Leuten eine Freude machen. Das ist so mein Ding. Behaupte ich. Also danke für das Kompliment. Ich finde, du machst Menschen eine Freude. Einfach. Das ist doch gar nicht. Hab ich gerade hingeklebt. Also für all diejenigen, die das nicht sehen können, Ali hat im Hintergrund ein Fischkop-Foto von sich. Also er trägt ein Fischerhemd, ein Buschrum, wie man bei uns sagt in Norddeutschland. Ich sag Buschrum. Ja? Finkenwerder heißt er auch. Ja, so ein Fischerhemd halt, ne? Ja gut, ich streite uns nicht. Und Vollbart und Prinz-Heinrich-Mütze. Im Übrigen erinnerst du mich immer wieder an meinen Urgroßvater. Der sieht so aus. Guck mal. Hau ab. Boah, wie geil, Alter. Alter, ostafrikanischer Plattschnacker mit Fischerhemd, Prinz-Heinrich-Mütze. Hat er wirklich so den ganzen Tag angezogen? Wirklich? Ja, das ist der Plattschnacker, von dem ich Plattdeutsch gelernt habe. Alter, nein, aber er ist jetzt nicht wirklich so rumgelaufen die ganze Zeit, oder doch? Ali will zu erzählen, dass ich lüge, oder was? Weiß ich nicht. Für eine Show macht man ja alles heutzutage, weißt du doch. Ach, so bist du drauf, ja? Ja, zum Beispiel, wenn man irgendwo was isst, dann holt man eine Puppe raus. Hallo, ich, hallo. So, weißt du. Hol die doch mal raus. Nein. Was war das denn jetzt? Nein, ich mache für meine Kinder, aber das ist auch ein langes Geschehen, ich mache für meine Kinder Puppentheater. Ehrlich jetzt? Ja, die lachen sich so Schrott, dass sie sich in die Hosen machen. Wie alt sind die? Die sind gerade neun geworden. Ach, wie schön. Genießt das, solange es geht. Ja, ich weiß, merke ich auch schon. Irgendwann sagen sie auch, Papa, jetzt ist aber auch mal müde. Nein, jetzt sagen die, jetzt schon. Also, Gott sei Dank machen die das, was ich sage, weil die wissen, ich kann wirklich anstrengend und weird sein. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn es soweit ist, dass du mehr Spaß an sowas hast als die Kinder, dann weißt du, ist der Punkt gekommen, wo du dir andere Sachen ausdenken musst. Ja, wenn die dich hören und ich gehe irgendwo weg, kennst du das ja, man geht mit denen, oh, fällt noch mehr rum. Deine ganze Bude bricht dir zusammen. Ja, das ist egal, kann auch. Solange ich mein Fischbrüchen habe, ist alles gut. Ja. Ja, wenn man irgendwo weggeht mit denen und du kennst das dann, wenn die nicht gehorchen, dann spiele ich den verrückten alten Opa, also Papa, und dann schreie ich dann einfach wild, Papa, ich vermisse meine Kinder so sehr. Und dann müssen die so erwachsener sein und sagen, Papa, hör bitte auf. Oh, das ist ein guter Trick. Ja. Einen drüber, ne? Ja, die kommen damit gar nicht klar, aber die lernen das dann halt. Zum Beispiel Trollen ist auch mein Ding so. Ich mag so Leute zu trollen. Du kennst doch diese mit den NPC-Menschen, die einfach rumlaufen. Und manche, was mich immer aufregt ist, Menschen laufen rum mit einer, ähm, also mit einem komischen Gemüt, also keinem fröhlichen Gemüt. Aber die Neutralität von denen ist schon negativ. Weißt du? Und man möchte, manchmal spielen manche Menschen mit, wie du zum Beispiel, wenn wir uns irgendwo random treffen, dann würdest du einfach mitspielen mit mir. Wer weißt du das? Das weiß ich, weißt du, ich kenne einen Kollegen von dir, das war richtig witzig. Wir haben einen Flughafen und dann hat mein Kumpel gesagt, der eine, wo wir im Konzert bei dir waren, haben wir auch immer geschrien, Jared, Jared, weißt du? Ja. Und Jared war unser Spruch, wenn wir, das ist doof, wenn wir immer einen Afrikaner gesehen haben, haben wir immer Jared geschrien. So, weißt du, ist doof, aber er hat es so aus Spaß gemacht. So, der Stadt neben mir, im Flughafen von England, neben mir auch einen, und da habe ich mit ihm geredet und dann kam er einfach. Ein schwarzer. Nein, ein netter Mensch. Ja. So, und dann kam mein Kumpel, der bei einem Konzert war und hat dann einfach laut geschrien, Jared! Und dann guckt er mich an, guckt er mich, guckt er ihn an, so, Jared kenne ich, der ist Trainer. Der hat bei San Paolo getrainiert, jetzt ist er hier in Lübeck, vielleicht kennst du den. Fußballtrainer? Ja, genau. Und der ist ein Schwarzer, oder wie? Ja, genau. Ah, okay. Er kennt dich, meint er. Und dann meinte ich so, ey, den kenne ich. Weißt du, das war richtig weird. Wie lustig. Ja, so, alles kaputt gemacht, einfach nicht wieder witzig. Aber er hat den Spaß mitgemacht. Ja, genau. Und er hat den Spaß mitgemacht. Weißt du, das ist so der Punkt. Die meisten anderen machen halt diesen Spaß nicht mit und dann sind die so gleich aggressiv und verstehen den Spaß am Leben nicht. Also, das ist immer genießen. Meiner Meinung nach. Sehe ich auch so. Es gibt ja keine Probleme. Du machst ja auch, also man könnte auf den ersten Blick denken, du machst eigentlich nur Dummtüch, ne? Also, du hast den Fischbrötchen-Song rausgebracht. Alle, die Fischbrötchen mögen, wir rufen mich an, ne? Leute, die Hunger haben, rufen mich an. Weißt du, wer ich bin? Ich bin der Fischbrötchen-Mann. Richtig, Mann. Ja, guck mal, das musst du überlegen, ne? Da gab es mal nicht in der Ausschreibung, sondern die haben gefragt, für die Fischbrötchen-Straße, so ist der Ablauf, die Fischbrötchen-Straße. Du musst dir vorstellen, wie die Käse-Straße, die Bier-Straße, die Weinstraße, wollten sie eine Fischbrötchen-Straße machen. Da brauchten sie so ein Gesicht. Und natürlich, wen hätten sie nehmen können? Einen Standard, du weißt schon, schön blond und so und bla bla. Und dann haben die gesagt, jo, warum, wir können dich mal ausprobieren. Weißt du? Ja. So, ja. Und ich meine so, ja, ich bin dabei. Ich laufe ja so rum, löpt. Safe bin ich dabei. Kein Problem. Ja, und dann haben die Fotoshootings gemacht und plötzlich gab es dann halt von mir überall Plakate, haben mit mir Werbung gemacht und so. Und das war der Ding. Ernsthaft? Ja, ja. Gibt's so, warte? Gibt's da Post, die Postkarten hab ich dir auch gegeben. Hab ich die hier? Ne, Vorführeffekt. Wenn ich das brauche, hab ich's hier nicht. Aber es gibt, wenn man, also das sind meine Hände. Nicht lang schnacken, Fischbrötchen schnappen. Oh, sehr schön. Ja, ist doch cool. Wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel Fischbrötchenstraße eingibt. Oh Mann, ich muss doch einen finden mit mir drauf. Ist doch nicht so wichtig. Ich weiß, dass du sie gemacht hast. Einen hast du mir auch gezeigt. Ich erinnere mich jetzt wieder. Ja. Aber du machst wirklich viele, viele Quatschsachen. Du hast, dein letzter Song hieß irgendwie, ich bin weg. Ich bin erst mal weg. Bin erst mal weg. Mit meinen Kollegen, also das muss ich auch wichtig erwähnen. Also ich hab einen Kollegen, der ist aus Hamburg. Wir wollten dich auch immer bei Uwe besuchen. Er ist mein Produzent. Ja. Und der macht immer, und wir wollten auch sogar ein Lied zusammen machen. Wir wollten, wie heißt der Song? Alle, die mit uns auf Karpatfahrt fahren, müssen Männer. Länder mit Bärte sein. Und jetzt stell dir vor, den in Plattdeutsch. Alter. Ja, ich hab ihn ja sogar hier. All die, die mit uns. Nein, nein, nein. Nicht den Text jetzt auf Plattdeutsch verraten. Okay. Der soll dann irgendwann rauskommen. Ja, genau. Den wollten wir immer. Egal, gut. Und dann mein Kumpel, den muss ich ja erwähnen, weil Max Woll ist ein wichtiger Typ in mein Leben, weil der meine Vision, meine Ideen so verwirklicht, wie ich die gerne haben will. Ich produziere selber auch teilweise. Aber er kann das so als Katalysator und Superlativ, so ein, wie der, gibt es nicht. Deswegen würde ich ihn nur erwähnen. Ja, wunderbar. Das ist doch gut. Also Freunde soll man immer am Start haben und im Team und immer erwähnen, wenn man etwas gemacht hat. Never forgot your friends. Ja, safe. Und der Punkt ist, dann habe ich gedacht, dann gab es mal die Weltfischbrötchentag und da haben die mich gefragt, ob ich einen Song dazu machen könnte. Und ich hatte ja schon Putzen macht Spaß. Da hast du auch sogar ein Video mitgemacht. Danke nochmals. Vielen lieben Dank. Der auch ganz oft jetzt noch im Fernsehen läuft. Einfach so im Hintergrund. Das ist immer so witzig, das so mitzubekommen. Einfach so random. Ja, die benutzen, wenn jetzt jemand was putzt, so, dann benutzen sie den Song als Background, ohne Wissen, der ich bin. Und bei dir klingelt es in der GEMA-Kasse. Genau das. Sauber. Alter, du bist ein Fuchs. Du bist ein schlauer Junge. Naja, geht so. Nein, finde ich super. Okay, und dann haben die gesagt, kannst du dir vorstellen, Fischbrötchen macht Spaß. Und da hast du mitgemacht. Das weiß ich. Ja, danke nochmals dafür. Also, was ich bemerkenswert finde, auf den ersten Blick würde man denken, du bist echt ein Quatschmacher und einfach so ein Spaßbüdel. Aber du hast ja bei allem, was du machst, tatsächlich auch eine ernsthafte Message dahinter. Also, du bist ja auf der einen Seite Grafiker und du hast was Anständiges gelernt. Ja, versucht. Und du bist auch in der Politik tätig, engagierst dich also auch für Kulturpolitik. In deinem Umfeld. Aber bevor wir da so in die Tiefe gehen, vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück, um auch zu verstehen, so woher deine Heimatliebe herkommt und wo genau deine Heimat ist. Also, du hast ein paar Jahre in Marokko gelebt. Wie war das damals, als du da aufgewachsen bist? Ja, wie gesagt. Woran erinnerst du dich noch? Boah, das Erste, was ich erinnere, ist der Flug. Ich kann mich so grabe, grobe erinnern. Stell dir vor, du fliegst dahin. Du kannst die Sprache so fast gar nicht, meiner Meinung nachher, wo du klein warst, mit drei, behaupte ich mal. Und dann fliegst du alleine nach Marokko. Da hast du so eine Truppe gehabt mit Kindern, wo du mit so einer Truppe dahin geflogen hast. Und dann wurdest du immer an bestimmten Stationen, ich weiß nicht, glaube ich immer mehrere Stationen, kann ich mich grob erinnern. Weil das ein tragischer Moment war, weil dann traf ich plötzlich, war ich in Marokko und dann kam eine Sprache und ich dachte, das wären Monster, die reden. Naja, wenn du die Sprache nicht kennst, das ist ja beängstigend. Ich kannte die von meinen Eltern, aber nicht so krass wie der Dialekt, der da war. Wollte ich gerade sagen. Und wenn du alleine als Kind unterwegs bist, kann es sogar traumatisch sein, so einen Augenblick. Ja, ein bisschen, aber das war auch wieder witzig. Also ich fand es wieder witzig, also ich fand es amüsant und witzig. Und am Ende habe ich gecheckt, so dachte ich, ah, okay, Arabisch ist so, jetzt so nachhinein, ist so wie Klingonisch, so mäßig, so. Es ist immer witzig, das zu sehen, wenn Araber mit einer reden oder frühstücken oder so, dann schreien sie sich gegenseitig ein und wirklich meinen sie nur, ich habe dich lieb und so etwas. Ich mag die Sprache total gerne. Also ich könnte es nicht lernen, weil ich glaube, das ist sehr schwer, aber ich höre das sehr gerne. Nein, ich glaube, du bist ja wirklich sprach. Aber sprichst du Arabisch? Ja, also ich spreche Berisha, also das ist die marokkanische Ebene und dann noch ein bisschen Hocharabisch. Das ist ja mehr Syrisch und die Ägypter würden das besser verstehen. Man muss Hocharabisch auch reden, damit andere Leute halt dann das verstehen. Das ist so wie mit Hochdeutsch und Plattdeutsch. Man muss Hochplattdeutsch sprechen, damit die anderen Norddeutschen das auch verstehen. Ja, aber dein Platt verstehe ich schon? Ja, weil ich ein Hochplattdeutsch spreche. Ah, okay. Verstehst du? Aber dieses, was mich so aufregt, dieses, guck mal, also Trudivat-Schnack-Platt gibt es ja. Ja. Und dann gibt es dieses Trudivat-Prutt-Platt. Wo ich denke, hä, was ist Prutt schon wieder? Ja, Prouten, das ist, das sagen die Ostfriesen, das ist ja ein Dialekt. Das ist genauso wie im Arabischen ja viele Dialekte gibt oder im Hochdeutschen, gibt es im Plattdeutschen ja auch verschiedene Dialekte. Den Ostfriesischen zum Beispiel, den Keno zum Beispiel spricht oder den, wer kommt denn noch aus Friesland? Daniel oder Nicole, die so am Plattenfreitag mit uns unterwegs sind, Nicole Kühn, die gibt es welche, Prouten, ich glaube, Nicole sagt noch Schnacken, aber Anni Heger zum Beispiel sagt Prouten und Insina und wir sagen Schnacken. Ja, aber deins ist noch, also ich verstehe deins mehr. Ja. Die in Traumünde, da gibt es ja bei uns die Schnackplatter, die, 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 da verstehe ich auch, die reden mit mir immer ganzes Schnack, deswegen, aber reden, ich habe nie richtig so, geredet, also ich habe es gerne, wenn eine Oma mit mir gesprochen hat, habe ich es einfach mitgenommen, hast du verstanden, das fand ich immer witzig. Deine Oma? Nein, die Omas hier, die sind hier nur Omas hier in Traumünde. Ich dachte, ich dachte, nein, 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 ich dachte deine Oma, weil das hätte ich jetzt sofort nachgefasst. Aber lass uns nochmal ganz kurz in Marokko bleiben, als du da als kleiner Junge warst. Ja. Also wenn du von drei bis neun warst du dann da, habe ich das richtig verstanden? Ja, ungefähr, ja. Bist du da eingeschult worden? Ja. Auf Arabisch oder warst du auf einer deutschen Schule? Auf Arabische Schule, militär Schule, mit Koran Schule und, mit Koran Schule und Französisch. Wie darfst du noch Französisch reden dort? Ah, du parles Französisch auch? Ein bisschen, ich spreche Französisch, ich verstehe, was du parles, aber zu sprechen, ist ein bisschen durf für mich. Bon, du bist polyglotte, du parles Französisch, du parles Arabe, du parles Platoch, du entends ein bisschen Platoch? Oh, Französisch. La Platoch. Na, krass. Nein, du kannst, ey, Digga, du, ich schwöre es dir, du wirst Arabisch locker lernen können. Ja, aber um mich geht es gar nicht. Ich will ein bisschen mehr, weil ich kenne dich ja wirklich immer nur so als, wie gesagt, Quatschbüdel. Aber wenn man dich etwas näher kennenlernt, weiß man, merkt man sofort, dass ja auch etwas Ernsthaftes dahinter steckt. Also, dass du dich engagierst. Aber ich finde es wichtig, auch so ein bisschen den Hintergrund zu checken. Und wenn du gerade in diesen entscheidenden Jahren deiner Kindheit von drei bis neun in Marokko warst, dann hast du da ja auch einiges mitgenommen. Was ist denn so von der Zeit geblieben? Also, Marokko ist ein schönes Land, gebe ich schon mal zu. Es scheint immer die Sonne. Ich habe da nie Schuhe gehabt. Nur Sandalen. Ja. Schule war echt anstrengend, wenn ich mir sagen muss. War auch sehr... Ja, aber das hat nichts mit Marokko zu tun. Das ist überall so. Ja, aber da war es extremst. Also, fand ich. Ja, ich habe ja noch Schläge bekommen da noch. Oh. Oh. Da kann ich dir Lied von singen. Das war... Da könnte ich dir daran denken. Und dann jeden Morgen die Nationalhymne von Marokko. Das kenne ich auch. Das ist krass, ne? Ja. Musstet ihr raus und aufstehen und so weiter? Wir mussten alle in Reihung Glied stehen. So die ganzen Klassen. Und dann einmal in der Woche musste immer einer von einer von der einen Klasse nach vorne das anstimmen und dann die Nationalhymne singen. Wenn er nicht gesungen... Dann gab es einen, der immer eine Strichliste gemacht hat. Jedes Mal, wenn er was falsch gemacht hat, wurden die aufgezählt. Und dann am Freitag haben wir mitten im Schulhof als Vorführung immer Schläge bekommen. Wenn wir das falsch gemacht haben. Oh, wie krass. Ja, das war aber normal. Aber so ähnlich... Eben, das war total normal. Ich bin ja auch so groß geworden. Ich war zwei Jahre auf der äthiopischen Schule. Da haben wir auf Amharisch gelernt. Vierte Klasse. Und dann ging es genauso. Also Appell, alle Kinder auf den Schulhof. Dann wurde die Fahne rausgeholt und wurde gehifft. Und dann haben wir die Nationalhymne gesungen. Und dann sagte der Schulrektor, sagte... Und wenn ihr zu spät kommt und ihr hört, wir singen die Nationalhymne und ihr seid noch hinten auf der Straße, dann bleibt ihr genau da stehen, wo ihr steht. Hand auf die Brust und die Nationalhymne singen. Egal, wer zuguckt oder nicht. Alter. Die sind so weird. Aber das ist so... Die können nichts dafür. Die haben... Das ist so... Wir müssen es aber auch nicht entschuldigen. Das war so. Das war so, ja. Also es ist ja echt krass. Es gibt einfach so krasse Leute oder krasse Rituale mit sowas. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn du das deinen Kindern erzählst, dann ist das irgendwie eine Geschichte aus einer ganz anderen Welt. Wenn ich so erzähle, was ich erlebt habe in Marokko und vergleichsweise zu hier. Hier lebst du... Also wir haben das Privileg, echt hier zu leben und man muss sich glücklich schätzen, dass man hier angekommen ist und Sonstiges und was draus gemacht hat. Aber in den Ländern... Jetzt ist es natürlich ganz anders geworden. Also sag ich mal. Aber ich sag mal, man muss alles sich glücklich schätzen und dankbar sein für alles. Behaupte ich mal. Also ich glaube auch, dass es mal ganz wichtig ist zu gucken, dass wir immer wieder bilanzieren und sagen, was haben wir? Und nicht immer dahin gucken, was wir nicht haben. Das heißt nicht, dass wir nach mehr streben sollen oder dürfen. Aber es ist, finde ich, immer wichtig, ganz kurz mal zu schauen, okay, wir leben in Frieden, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben was zu essen, unsere Familie kann was essen und so. Das sind ja schon mal die Basics. Das haben viele Menschen einfach nicht. Das klingt zwar immer irgendwie banal und albern, aber ich finde, das beruhigt schon mal, wenn wir uns das immer wieder in allen Lebenslagen sagen können. Ja, aber das muss man den Leuten verklickern. Aber das checken die Leute gar nicht hier. Meistens im Westen, behaupte ich mal, die sind nie zufrieden. Die sind mit dem Konsum, immer nach vorne, nach vorne, immer mehr, immer mehr und nicht mit dem zufrieden sein, was man hat. Aber warum hast du das gecheckt? Also jetzt oder früher? Ja, früher. Nee, früher nicht. Also warum weißt du es denn jetzt? Warum weißt du es denn jetzt? Dann fragen wir es mal jetzt. Also ich habe die Liebe ja zur Musik gefunden, behaupte ich mal. Ja, aber auch, ich meine, du hast ja gerade erzählt, wie du auch in Marokko gelebt hast und was du da gesehen hast. Ja, das ist auch so ein Punkt, wenn man weiß, wie broke man sein kann und dann, das ist echt schwer zu erklären. Man muss eigentlich mit sich selber zufrieden sein einfach. Also mit dem, man muss sich an materiellen Sachen binden. Das ist der Punkt, glaube ich. Das ist dieses materielle Ding. Hatte ich auch gar nicht früher so gehabt. Ich wollte immer nur was machen. Ich glaube, ich wollte immer nur was machen. Ich wollte immer was kreieren und was machen. Andere Leute gehen ja nach Hause. Ich gönne denen auch alles. Also die können die auch machen. Nach Hause gucken Netflix oder sonstiges. Aber sind nie, sind immer nur Empfänger, sind aber keine Receiver oder Macher oder kreieren etwas. Das war so der Punkt, behaupte ich mal. Das ist auch so mein Style. Ich möchte hier aus Traumünde, Traumünde-Content in die Welt bringen und zeigen, guck mal, ich lebe in Traumünde und das ist voll okay. Also ich muss nicht nach Berlin oder nach Hamburg oder sonstiges. Natürlich müssen oder dürfen. Ich lebe hier in Traumünde, das reicht. Fischbrötchen haben wir abgehakt. Marokko hätten wir fast abhaken können. Wir hatten ja jetzt gerade die Flut. Ah, nein, wir hatten nicht die Flut. Wir haben ja Erdbeben. Entschuldigung, wir hatten das Erdbeben in Marokko gehabt? Pardon? Kein Problem. Das kann man ja auch verwechseln mit Libanon. Ich weiß es ja, weil ich das ja mitbekommen habe. Ich hätte jetzt auch nicht, wenn ich jetzt auch... Nein, 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 nein. Wir wollen beim Erdbeben bleiben. Hast du Familie dort gehabt oder hast du Familien, die betroffen sind von dem Erdbeben? Wie sagt man, Gott sei Dank nicht. Aber die anderen sind halt nicht gut dran. Aber ich verstehe Marokko nicht jetzt zum Beispiel, dass sie von Deutschland nicht die Hilfe angenommen haben und von Frankreich auch nicht. Das habe ich nicht verstanden. Die Hintergründe habe ich auch nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Aber ich stecke auch nicht so tief da drin. Deswegen kann ich da jetzt mir kein Urteil erlauben. Wie war das für dich, als du die Nachrichten gehört hast vom Erdbeben? Ja, ich weiß, dass früher in Agadir schon so ein krasser Beben war. Und die Behörden wissen auch selber, dass die Bauten, die sie ja machen, nicht erdbebenfest ist. Und das ist immer so eine Sache. Aber man kann auch den Menschen nicht die Schuld geben. Es ist halt eine Region, wo Erdbeben halt mal... Ich habe das auch mal erlebt in Rabat, dass so ein leichter Erdbeben war. Aber das ist so ganz, ganz kleiner. Das ist nicht der Rede wert. Nicht so vergleichbar, was die jetzt erlebt haben. Ist ja eine Erdbebenregion. Ja, aber trotzdem tragisch, dass so viele Menschen da umgekommen sind. Ja, aber was willst du zu Libanon sagen? Das ist ja noch krasser. Ja. Aber was willst du machen? Also das Einzige, was man machen kann jetzt momentan... Ich habe einfach auch was gepostet und habe natürlich ein bisschen Geld drüber geschickt. Aber das ist auch immer so schwierig, ob das Geld dann ankommt oder nicht. Ich kenne das ja von anderen Ländern, ich kenne das auch von meinen eigenen Ländern. Wenn man da Geld drüber schickt, landet es doch dort, wo es sein soll. Am besten ist es halt leider immer, selber aktiv was zu machen. Bestimmte Projekte, konkrete Projekte anschubsen. Ja. Ja. Was du ja auch machst. Ich glaube, du hast ja auch ein paar Sachen da vor Ort gemacht. Bei dir. Ich engagiere mich für Projekte in Oromia, beziehungsweise für konkrete Menschenrechtsprojekte, die über die Gesellschaft für bedrohte Völker betrieben werden. Genau. Da machst du ja auch aktiv. Da hast du auch längere Zeit auch auf deiner Sprache bei Insta gemacht. Aber das machst du jetzt lange nicht mehr. Du hast keine Zeit, das kannst du ja auch nicht stehen. Ja, ich bin jetzt weniger live auf Instagram unterwegs. Genau, weil ich meistens am Wochenende unterwegs bin und konnte da jetzt nicht eine verlässliche Zeit gewährleisten. Nee, aber ich fand es schon krass, dass jetzt Platte Freitag ja trotzdem weiterlebt. Das ist super, ne? Obwohl du nicht, sag ich mal, die Deszepte hast, sozusagen. Ja, ist ja auch, also vielleicht habe ich das ein bisschen mit angeschubst, aber das ist ja dann auch nicht. Nein, hast du ja auch. Das meine ich ja. Das ist ja eher eine. Das ist im positiven Sinne. Ja, ja, das ist ja eine Community-Sache, dass sozusagen die Community das weiter treibt und sich da trifft. Und das freut mich immer sehr, wenn es dann so in dieser Form funktioniert. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal machen. Dieses Jahres-Plattdeutschen-Treff, das wäre mega nice, Mann. Das müssen wir nochmal machen in Hamburg, ne? Ja. Alle zusammen. Ja. Bei dir im Laden. Ja, machen wir. Das machen wir noch. Ja, und erlaub mich dann einen zum Auftritt. Ich mache einen kurzen, also mir reichen nur zwei Songs. Ist in Ordnung. Ey, safe, ne? Handschlag. Ist safe, Digga. Wir müssen das erstmal auf die Reihe kriegen. Das ist viel wichtiger. Wie meinst du auf die Reihe? Machen. Ja, du sagst einmal einen Termin und dann geht's los. Nächstes Jahr. Hallo. Hallo. Ich meine, es leckt, aber kann das bei mir liegen? Oder... Moment, ich habe eigentlich alles... Verdammt. Super an. Echo Cancelling. Deutschland und Internet, sag ich nur. So, jetzt habe ich dich... Jetzt war ich schon wieder weg. Ja, jetzt bist du wieder da. Deutschland und Internet, ne? Ne, ich und Internet. Ich bin der Fehler hier. Nein, Deutschland. Ali, du engagierst dich auch als Politiker. Ja. Was machst du? Also, ich war... Letztes Mal war ich 2017, war ich Bürgermeisterkandidat. War sehr unterhaltsam. Das musst du nochmal ganz langsam sagen, damit das auch alle wirklich glauben. Ali... Alarm. Bürgermeisterkandidat in Lübeck. 2017. Und das ist kein Künstlername. Das muss man nochmal dazu sagen. Das ist dein richtiger Name. Ich zeige meinen alten Ausweis. Habe ich den hier? Ich glaube dir schon. Nein, wir zeigen das hier nochmal. Hier, siehst du? Da Ali Alarm. Mohammed Ali Alarm. Sag mal, kann das sein, dass wir uns bei den Filmspielen, Filmfestspielen in Lübeck getroffen haben? Ja, auf jeden Fall. Aber du siehst mich ja nie... Ernsthaft jetzt, ernsthaft jetzt. Haben wir uns da mal kurz geschnallt? Kann das sein? Ja, aber... Bei der Lübeck-Filmnacht? Ja, da war Bastian Langbehn. Das war da mein Kollege, der im Rathaus sitzt. Aber du warst mit da, ne? Ja. Ich erinnere mich jetzt, wo du das sagst. Wo ich das Foto sehe, erinnere ich mich. Da war gerade die Wahl. Da war gerade die Wahl. Und da war auch die Frage, ob vielleicht eine Bürgermeisterin an den Start geht, ne? Ja, genau, genau, genau. Ich erinnere mich an diese Veranstaltung. Das waren die Lübecker Filmtage. Und das ist dann sozusagen die Filmnacht, wo die Preise verliehen werden. Die Award macht. Und da warst du da, ne? Ja, ja. Guck mal. Aber ich wollte dich nicht nerven. Also, ich war schon selber so ein bisschen beschäftigt. Ist ja auch nicht deine Art, ne? Ja, doch, schon. Ist eigentlich meine Art komplett. Aber ich wollte an den Abend, wollte ich mich zurücksetzen, so ein bisschen... Zurückhalten. Zurückhalten, weil die Veranstalter mögen mich da nicht mögen. Sondern ich bin ein bisschen für die zu viel, sag ich mal. Aber man muss dich handeln können. Ja, ja. Aber ich bin immer... Ich bin gerne... Du weißt ja. Ich will unbedingt immer bei jeder Sache immer dabei sein. Ja. Und immer irgendwo immer auftauchen. Das ist so mein Ding. Ja, und du bist ja auch für die gute Sache unterwegs. Genau das. Nein, ich meine das ernsthaft. Also, Bürgermeister werden wollen. Also, als Kandidat sich aufstellen zu lassen, macht man ja nicht aus Spaß. Sondern du hast ja auch dann ein Ziel. Und du hast ja einen Grund, warum du das machst. Was war denn der Grund für dich, dich dann in dieser Form zu engagieren? Also, mein Grund war, dass mal... Also, die Politik an sich ist so Biedermeier-mäßig und Altbacken. Und ich wollte so ein bisschen, wie du gesagt hast, dein Kuddel-Muddel, Diversität und so ein bisschen mehr Frische reinbringen. Und mal was anderes machen. Weil die haben immer den Standard-Kram gemacht. Und immer bei dieser Polen-Diskussion, fand ich, meiner Meinung nach, vergessen die diese Bürgernähe. Einfach an den Mann zu sein. Weil damals, sag ich schon... Damals ist es ja nicht gewesen. Aber du weißt ja, diese Bürgernähe fehlte, fand ich, meiner Meinung nach. Und das wollte ich halt verkörpern. Dass man mit den Leuten reden sollte und Sonstiges und einer von denen ist. Und dann ist man ja der Bürgermeister. Also der Meister der Bürger, sozusagen. Der Bürgerinnen und Bürger. Bürger. Bürgerinnen und Bürger. Safe. Das mache ich auch. Was ich noch sagen wollte. Ich wollte Tramünde-Stimme sein. Und auch die... Du bist so ein Arsch. Ich habe das verstanden, was deine Botschaft ist. Und das finde ich auch gut. Meine Botschaft ist einfach, also hier eine Stimme für Tramünde zu sein. Das Problem in Tramünde ist, dass Tramünde gehört zu Lübeck. Wenn du was haben möchtest in Tramünde, musst du immer über Lübeck laufen. Egal was. Ein Beispiel ist der Skatepark. Es gibt bei uns hier einen Skatepark, der schon lang, seit 23 Jahren ist ein Platz, der als Skatepark ausgewiesen ist, nicht bebaut worden. Weil diese Gelder sagen, ach, das ist Tramünde, wer braucht... Tramünde braucht keinen Skatepark. Braucht sie nicht. Da kümmert sich keiner drum. Da muss man hinterher sein. Und dann die Anträge, als ich angucken, die B-Pläne, das und das und rauskriegen, wer ist das? Dafür tust du nicht, damit es im Haushalt dieses Geld dann da ist. Und deswegen, das war immer das Problem. Und ich fand, die Stimme in Tramünde gab es nicht. Und ich möchte nicht jetzt so die Stimme von Tramünde sein. Du hast sowas anderes gesagt. Nein, ich meine nicht die erzwungenerweise die Stimme von Tramünde. Ich möchte für Tramünde was machen. Welcher Teil in dir ist dann so engagiert? Ist das der junge Ali aus Marokko oder ist es der junge Ali aus Travemünde? Ja, der junge Ali aus Tramünde, safe. Ist nicht auch ein bisschen der junge Ali aus Marokko dabei? Der junge Marokkaner ist der, sage ich mal, der Marokkaner in mir ist der Freigeist, behaupte ich mal. Und dieses Offene, behaupte ich mal. Sowas dann Seemann sein sollte. Der Seemann, der offen für die Welt ist, weißt du? Das verstehe ich auch gar nicht, dass die Leute teilweise fremdenfeindlich sind. Und dann denke ich so, Digga, du bist ein Seemann. Du siehst neue Welten. Du darfst eigentlich gar nicht Angst vor dem Fremden haben. Da bist du kein Seemann. Oder aus dem Norden. Hast du solche Seemänner kennengelernt? Ja, ein paar. In den Kneipen ein paar, wo ich denke, Digga, was lauerst du? Na dann, komm mal runter. Der bleibt auch mit ihm. Ich freue mich, diese Sprüche, diese Altbackensprüche von denen, diese Okay-Boomer-Humor. Digga, das ist so schlimm. Darf ich gar nicht erzählen, was dem auch ich mal sagen. Ich lebe seit 44 Jahren hier. Hin und wieder höre ich auch mal Sprüche. Ja, sorry. Ich glaube, ich lebe länger in Deutschland als du. Ja, das stimmt wirklich, ja. Du hast gesagt, ja, hey, wir wollen nicht dieses Vergleich machen, wer hat es schlimmer gehabt und wer das auch weniger geht. Nein, 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 das wollte ich gar nicht sagen. Wir sind alle auf einer großen Erde und müssen das Beste draus machen. Das glaube ich auch. Also ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist, irgendetwas in dieser Form zu vergleichen. Ja, aber das ist immer dieses Thema. Weißt du, wenn ich irgendwo bin und ich hasse es, meine Ausländerkarte rauszuholen, weißt du? Weil es gibt ja dieses Sexismus gegen Rassismus. Ich meine so, beides ist schlimm. Das ist doch scheißegal, beides ist schlimm. Und was jetzt schlimm ist und was nicht, das ist doch egal. Wir kämpfen, wir müssen gemeinsam für diese ganze Negativität einfach weg, mit Liebe wegschießen oder was ich. Diskriminierung ist in jedem Fall scheiße. Also da brauchen wir auch gar nichts zu diskutieren, ob das nun Sexismus ist, Homophobie oder gegen Menschen mit einer internationalen Geschichte. Ich meine, du hast ja auch mal eine marokkanische Perspektive in deinem Leben erlebt und ich kann mir vorstellen, als du dann hier zur Schule gekommen bist, war das nicht leicht, aber es ist auch etwas, was sich durchs Leben trägt, denke ich mal. Es hat verschiedene Seiten, hat Vor- und Nachteile. Warum hast du so tief geatmet gerade? Ja, weil, wenn ich so an meine Schulzeit erinnere, würde ich sagen, es gibt so ein paar Sachen, wo ich dann sage, Alter, hätten die nicht so machen sollen. So, manche Menschen, aber die können auch nichts dafür, behaupte ich mal, weil die es nicht besser wussten. Ja, ich würde niemanden entschuldigen jetzt dafür. Wichtig ist es ja erstmal zu wissen, was es mit dir gemacht hat. Ja, es hat, guck mal, wenn jemand immer sagt zu dir, aus dir wird nichts, das ist auch jetzt so ein Thema, wo wir dann noch hinkommen, aus dir wird nichts. Woher weißt du denn, wo wir hinkommen? Nein, du bist der beste Bruder, der beste Mann. Selber, erzähl. Nein, du bist derjenige, ein großes Vorbild für mich. Du kennst mich noch nicht richtig. Ich meine, du musst ja, er hat, er hat. Was ist jetzt negativ gemeint jetzt so? Das habe ich einfach so gesagt. Okay, gut. Der Punkt ist, man kommt irgendwo neu rein und dann sagen denen, also einer, der so wie ich aussieht oder wie du, ja, aus dir wird nichts, bla bla. Du hast nur zwei Möglichkeiten, Sozialamt oder Gefängnis. Hast du das gehört? Ja, öfters. Wer hat dir das gesagt? Ein Lehrer. Ehrlich? Ja. Auf was für einer Schule warst du? Erstmal Hauptschule, dann Realschule und dann wieder rausgeflogen und dann da, ach, das ist so eine lange Geschichte. Ich war auch nicht einfach, behaupte ich mal. Ja, schiebt das nicht auf dich. Ja. Du hast es ja auch nicht einfach gehabt, wenn du zurückguckst, mit drei Jahren alleine nach Marokko, dann da auf eine Schule, wo es militärisch zuging, dann auf Arabisch und auf Französisch mit neun Jahren wieder herkommen. Das ist schon ein Schleudergang, emotional und auch im Kopf für ein Kind in dem Alter. Ja, aber bei uns war es ja Standard, wir sind ja so aufgebaut. Guck mal, ich muss dir vorstellen, jedes Jahr, so war dann mal der Ablauf, die haben, ich bin im Flugzeug zurückgeflogen. Ich meine ja jedes, wir haben ja drei Monate Ferien gehabt in Marokko. Ja. Das weißt du, drei, vier Monate, ne? Ja. In Afrika ist ja überall so lange. Nicht überall, aber. Ja, viel, die Franzosen haben auch drei Monate, oder? Ich würde das nicht immer so verallgemeinern, das mit Afrika, ne? Ja, was weiß ich, dann tut mir jetzt auch, wie lange haben wir den, bleiben wir bei Marokko einfach. Das weiß ich. Die haben drei Monate Ferien da, in einem Stück, in einem Rutsch. Die Zeit bin ich in Deutschland ja gewesen. Ja. So, und dann habe ich immer die beiden Welten gesehen, weißt du, Marokko. Ja. Da war 25 Jahre Vergangenheit, dann kam es nur Deutschland, war wieder Zukunft. Ja. Weil in Marokko gab es drei Programme, oder nur so ein Fernseher mit so einem Drehding da, ohne Fernbedienung und so. Und dann war es in Deutschland, gab es ja schon Fernbedienung und so viele Programme. Und dann, äh. Wir hatten keinen Fernseher. Als ich in Oromir war, hatten wir keinen Fernseher. 79. Ja, ich kenne aber auch, ah ja, 79, okay. Ich war ja 83, 84, war ich ja da. Ja. Und. Das ist nur vier Jahre später. Aber das gibt es ja bei euch auch nicht. Zum Beispiel Wasser. Wasser und Strom, durchgängig. Das gab es auch zum Beispiel nicht bei uns. Nee, das hatten wir. Das hatten wir. Echt? Ja. Zum Beispiel im Sommer gab es einfach ab 18 Uhr oder um 16 Uhr, je nachdem, kein Wasser. Nicht Strom. Das Problem hatten wir nicht. Wow. Wir haben fließend, also wir haben ein richtiges Haus gehabt, ähm, mit Keller und Erdgeschoss und obere Etage und wir haben auch Wasser gehabt, also fließend Wasser wirklich jetzt und, ähm, äh. Im Haus. Licht auch, im Haus, ja. Aber wir hatten ja, wir hatten das auch alles, aber wir hatten, teilweise gab es einfach keinen Strom. Das war normal. Ja. Ähm, und dann, also dann da gewesen, dann mit dem Auto von meinem Vater und meiner Familie rübergefahren, äh, weil die konnten das Auto denn da in Marokko verkaufen. Und dann sind die zurückgeflogen. So. Nach diesem ganzen Kudelmuddel, nach diesem ganzen Kudelmuddel, gehst du hier zur Schule, gehst du hier zur Schule und dann sagst du, du warst schwierig. Ja, ich, ich behaupte, ich war auch ein, ey, guck mal, ich kann mich jetzt kontrollieren, ne? Stell dir vor. Ja, aber Moment mal, Moment mal, wem gibst du denn jetzt hier die Schuld? Niemanden. Ja, weil du sagst, du warst schwierig. Ich war nicht, ich sag überhaupt, du trotzig war nicht, aber was mich aufgeregt hat, man hat auf den Punkt. Aber ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, die Umstände waren doch schwierig für dich als Kind. Ja. Der macht ja hier den Psychologen wieder. Nein, ich mach gar keinen Psychologen, aber ich finde es total wichtig, ich finde es super wichtig, gerade bei sowas zu gucken, so, warum ist ein Kind eigentlich so, wie es ist? Und wenn du mit neun Jahren herkommst oder mit zehn, elf, zwölf Jahren renitent bist oder vielleicht etwas anders bist als die anderen Kinder um dich herum, du hast ja noch eine ganz andere Story. Du bist ja jetzt nicht ein Kind, was in Travemünde geboren wurde und immer im selben Haus gewohnt hat und immer in Travemünde zur Schule gegangen ist, sondern du hast schon ein paar Kilometer in deinem Leben hinter dir. Ja, ein paar auf jeden Fall. Viel, viel erlebt halt auf jeden Fall. Das kannst du doch erstmal, da kannst du doch erstmal voller Wertschätzung zurückgucken und sagen, Mensch, da habe ich schon einiges durchgemacht als kleiner Junge. Ja. Aber ich sehe es ja, ich sehe es ja. Ich glaube, du bist schon ein echter Norddeutscher geworden, ne? Ja. Muss man doch gar nicht drüber reden, das ist ja normal. Das ist so, guck mal, diese Vergangenheitsgeschichte habe ich erlebt, das hat mich, sage ich mal, definiert, aber ich lebe jetzt im Jetzt, so denke ich immer, meistens. So, und du hast ja gesagt, im Skaterpark war ein Thema und da hast du dich für engagiert und für dich war ja auch Hip-Hop-Musik was ganz Wichtiges in deinem Alter, ne? Da kommt der Punkt. Der Punkt ist, in der Schule war es ja so, das hat, ich habe, behaupte ich mal, fast nichts gelernt da, also es hat mich nichts definiert. Und Hip-Hop habe ich ja irgendwo entdeckt, ich weiß nicht, welche Gruppe ich geil fand oder, die brauchen wir die Künstler nicht sagen, ich wollte einen eigenen Kram machen. Ich wollte eigene Musik machen. Alle haben dann gesagt, du kriegst das nicht hin, du kannst keine Musik machen, du kannst nicht Texte schreiben, du kannst nicht, ähm, wie heißt das da, Videos schneiden und so einen Scheiß. Und man muss sich ja fokussieren, man muss sich ja selber ausbilden, wenn man irgendwas machen möchte. Wenn man ja einen Song hat und möchte ein Musikvideo dazu machen, musst du dich ja zusammenreißen und dich dann, ähm, sag ich mal, ordnen. Ohne die Skills, da hast du durch die Hip-Hop, sag ich mal, hast du Skills gelernt, wie man das machen kann und hast am Ende ein, nicht Produkt, sondern ein Werk geschaffen. Was, was zum Beispiel in Tremünde, unsterblich ist. Welches Werk meinst du? Egal welches Werk. Wenn ich ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich Musik gemacht habe, haben die Leute gar nicht gecheckt, was ich da so gemacht habe. Da, da, da hießen wir, da hießen meine Band noch, die Tremünder Assis. Ja, aber den Namen habt ihr euch ja gegeben. Ja, weil, weil die gesagt haben, nur Assis wohnen in Tremünde. Ja. Und dann aber... Und wo wurde, und wo wurde die Musik gespielt? Überall, also wir haben, also wir haben so Leute gehabt, die unsere Musik sogar in Berlin gehört haben. Obwohl wir, ich wollte, ich wollte gar nicht in diese Richtung, ähm, aber die Musik, die ich ja mache, ist ja immer, was mir wichtig war, einfach eine eigene Musik zu kreieren, wo man sich selber definiert. Wenn man meine Musik hört, behaupte ich mal, weiß man so, okay, das kann nur von diesem Typen kommen. Das ist mir wichtig gewesen. Man hört es auf jeden Fall raus, auch wenn man deine aktuellen Sachen hört, weiß man, das ist der Ali Alam aus Tremünde. Ja, das war mir wichtig. Ich habe jetzt gerade auch eine Hymne geschrieben für Tremünde. Ja. Ich hoffe, das kommt irgendwann raus. Ich warte nur wegen Video und den ganzen Krimskrams. Das heißt, ich lebe in Tremünde und das ist voll okay. Ja, sehr schön. Ich bin gespannt, was du noch so rausbringst. Ja, ja. Mit dir. Wir wissen jetzt, ein Lied, äh, äh, auf platt, äh, äh, das mit den Bärten. Ja. Ich habe sogar einen echten Piraten, der sogar mitmachen würde. Mhm. Also ist von, von mir aus noch keine Zusage, aber wir arbeiten dran. Was? Jetzt, äh, du hast doch die Faust drauf gemacht. Ach ja, das war für das andere Ding. Das war was anderes. Ja, ja. Das war jetzt keine Universal-Faust für alles, ne? Ja, du kennst doch uns. Ja, ich kennst doch uns. Ich kenn dich. Sehr schön. Das ist doch immer der Trick. War die nicht für alle? Ja, genau, genau. Oder? Oder wir können dann ja nach mal nachgucken beim Podcast, ob du es zugesackt hast oder nicht. Ja, das checken wir. Wir lassen das, wir spulen nochmal zurück und dann kriegen wir es raus. Warte, ich hab was gehört. Jarid macht bei diesem neuen Song Männer mit Bärten auf Plattdeutsch mit Ali Alarm? Nein. Nicht dein Ernst. Apropos neuer Song. Ich frag mal jemand anderen, warte. Ja, er hat zugesagt. Hast du gehört? Das war Kotschkopf. Habe ich gehört. Habe ich gehört und gesehen. Das ist jetzt genau der Augenblick für dich, mein Lieber. Du kannst auch nochmal die blaue Puppe rausholen. Nochmal Werbung zu machen, für was jetzt bei dir gerade ansteht an Projekten. Ach nee, brauche ich ja keine Werbung hier. Also, ich fühle mich sehr geehrt, mit Jarid Dibaba einen Podcast zu machen. Also wirklich, mein Herz ist erfüllt. Vielen lieben Dank für diese Möglichkeit. Und ich wünsche mir, dass du weiter so machst und also eine Inspiration bist. Das meine ich ernst, ne? Das ist kein Scherz. Ich lasse dich jetzt ausreden. Vielen Dank. Das ist sehr nett von dir. Ich drücke dir die Daumen bei all den Projekten, die du machst, weil ich habe gedacht, den Mann, den muss ich jetzt noch doch ein bisschen näher kennenlernen. Wir machen immer ein bisschen Quatsch. Wir flachsen immer rum auf Instagram oder wenn wir uns mal in echt sehen. Aber ich finde es sehr beeindruckend, was du erzählt hast, vor allem auch von deiner Kindheit und wie du dann hier angekommen bist und eigentlich keiner geglaubt hat, dass du irgendwie deinen Weg machst. Aber du bist ein sehr engagierter Mann, sowohl im musikalischen Bereich, in deinem Beruf, als Grafiker und dann auch, hast dich auch noch als Bürgermeister zumindest aufstellen lassen, als kandidiert. Und das muss man erst mal bringen. Aber eine Erfahrung wäre, ich gehe immer gerne raus aus meiner Komfortzone. Du hast mir auch gesagt, man muss immer die Sache, man muss den Moment einfach zuschnappen, weil du hast mir gesagt. Jetzt bin ich gespannt. Nein, weil du gesagt hast, ey, ich habe Bock, bei deiner Show mitzumachen. Du hast mir die Möglichkeit erschaffen. So, ich hätte nicht kommen können. Aber was habe ich gemacht? Ich bin einfach da gewesen. Und dann habe ich geliefert, behaupte ich mal. Behaupte ich auch mal. Ja. Und am Ende haben wir eine Synergie erschaffen und Leute, du hast eh Leute glücklich gemacht, da wo die Jahre waren. Es war zu geil. Wo du immer die Leute gesagt hast, diese norddeutsche Freude in einem. Das war so krass. Die Leute waren wie Eisblöcke, aber du hast sie ganz langsam schmelzen lassen, bis sie dann alle wach wurden. Das ist so krass. Das ist richtig krass gewesen, ey. Also schöne Erfahrung war das. Aber du lässt die Herzen auch schmelzen, mein Lieber. Ich versuche es. Aber du hast, wie gesagt, eine Inspiration gewesen. Du hast mir diese Möglichkeit geschaffen. Und es hat wirklich, diese Auftritte haben richtig Spaß gemacht. Ja, das war auch cool, dass du da warst. Also das war echt schön mit deinen Freunden. Kam dir an wie so ein paar Gangster-Rapper so in so einer kleinen Posse im Theater in Lübeck. Und dann sitzen die da und dann kommt der auf die Bühne und sagt, alle Leute, die Fischbrötchen mögen, rufen mich an. Ich fand Plöden am geilsten. Ja, Plöden war auch lustig. Das war auch zu krass. Die Zuschauer, nichts gegen die Zuschauer. Aber das ist so krass. Sag nichts gegen meine Zuschauer. Nein. Nein. Ich habe auch nichts gegen die Zuschauer. Es ist so krass, diese norddeutsche Kühle an sich. Die ist nicht kühl. Wie bitte? Die ist ja nicht kühl. Du bist ja auch nicht kühl. Nein, nein. Die sind ja nicht kühl. Aber erst mal immer Fragezeichen. Die warten erst mal ab und gucken. Und wenn sie loslassen, dann sind sie die geilsten Typen der Welt. Sind die glücklichsten Menschen der Welt. Auf jeden Fall. Deswegen, Schleswig-Holstein leben auch nur die glücklichsten Menschen der Welt. Behauptet. Sogar statistisch gesehen. Ja. Ist auch ein Glücksatlas. Ja. Ich finde, Ali, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Habibi. Shukran. Habibi Blocksberg. Ne. Habibi Jarit. Habibi Blocksberg. Du bist ein Freak. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Nein, ich will, dass du die Zeit genommen hast. Nein, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Nein, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn sie nicht gestorben sind, bedanken sie sich noch heute. Okay. Ali, schönen Gruß. Tag, Travemünde. Ja. Und guck oft einmal aus dem Maritimhotel, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Und wir sehen uns bei Uwe. Wir sehen uns bei Uwe. Darauf gebe ich dir eine Faust. Dang.